Viele von uns werden den Start in die Mikrocontroller-Entwicklung mit einem SB32 oder Arduino gemacht haben und da wird wahrscheinlich auch die Arduino IDE am Start gewesen sein. Prinzipiell ist nichts gegen die Arduino IDE zu sagen, jedoch gibt es bessere Alternativen wie Visual Studio Code mit Plattform.io und wie wir Plattform.io installieren auf einem frischen Windows-System und dann das erste Projekt starten, werden wir uns jetzt gemeinsam in diesem Video ansehen. Schritt 1 ist, wir laden uns einmal Visual Studio Code herunter und wie immer findet ihr alle Links und Anleitungen dann auch noch in der Videobeschreibung zum schnellen Mitmachen. Dazu klicken wir einfach einmal hier drauf, es wird dann eine Echse heruntergeladen und diese Echse werden wir jetzt gleich einmal starten, damit wir Visual Studio Code hier installiert haben. Wir verkaufen natürlich die Seele, holen uns da einen Pfad, der uns passt und installieren einmal mit den ganz normalen Default Settings. Soweit war noch nichts Spannendes dabei, wir starten jetzt einmal Visual Studio Code, was einmal schon generell eine gute IDE ist und das, obwohl es von Microsoft kommt. Das heißt, wir können jetzt diese IDE schon ganz gemöhnlich nützen für unsere Projekte, nur damit wir jetzt auch die Mikrocontroller-Projekte bestmöglich umsetzen können, brauchen wir eine Extension und die finden wir hier unter Extensions und wir suchen jetzt nach Plattform.io. Dann kriegen wir hier schon eine Auswahl, dieses lustige Icon sehen wir da, 4,5 Millionen Downloads, das klingt schon einmal richtig und klicken hier auf Installieren und es dauert wieder ein paar Momente, bis dieser Installationsprozess gestartet wird. Wir sehen dann, dass hier ein Fenster aufgeht und rechts unten sehen wir dann auch noch einmal den Fortschritt für die Installation. Wir sehen dann auch im unteren Bereich hier unter Output Please Restart VS Code, das heißt, die Installation sollte mal soweit geklappt haben. Dann schließen wir den ganzen Spaß und starten dann noch einmal Visual Studio Code und somit sollten wir jetzt hier im linken Menü einen neuen Punkt haben, der da heißt Plattform.io. Da können wir mal draufklicken und jetzt gibt es hier ein zweigeteiltes Menü und der Quick Access zum Beispiel hilft uns dann auch noch einmal hier direkt in das Plattform.io-Menü reinzukommen und das öffnet sich dann hier in diesen Tabs. In diesem Tab haben wir jetzt wieder ein Untermenü auf der linken Seite, das ist jetzt wirklich nur für Plattform.io und das Erste, was wir jetzt einmal machen, wir klicken hier auf Plattform.io, denn jetzt ist unser Plattform.io eigentlich noch schlank, hat überhaupt keine Mikrocontroller-Boards im Hintergrund und das Erste, was wir einmal machen können, ist Atmel AVR suchen beziehungsweise müssen wir hier auf den Reiter Embedded wechseln und installieren uns einmal da diese Atmel AVR. Man sieht schon, ist alles für den Arduino und klicken hier einmal auf Install, damit quasi die Board-Informationen dann hier auch dann verfügbar sind. Auch dieser Prozess dauert wieder ein paar Minuten und ganz generell ist die Dokumentation von Plattform.io ganz gut. Man sieht dann auch hier, welche Mikrocontroller bzw. Plattformen und Boards dann auch noch unterstützt wird. Denn eines der nächsten, was wir dann sicher installieren werden, ist auch noch für Espressif 32, damit wir unseren ESP32 dann auch hier noch ansteuern können. Und hier hat man jetzt also eine gute Übersicht, welche generellen Mikrocontrollern da unterstützt werden. Sehr schön, die erste Plattform ist jetzt successfully installed. Wir können jetzt hier auf Install klicken, gehen wir da noch einmal raus und sollten jetzt hier die erste Plattform drauf haben. Wir wechseln nochmal unter Embedded hier im oberen Bereich und suchen jetzt nach Espressif und in dem Fall will ich jetzt die 32er installieren und klicke dann auch einmal auf Install. Und auch da kriegen wir jetzt hier wieder ein successfully installed und haben jetzt diese beiden Boards bzw. Plattformen installiert. Und es ist immer ratsam, hier einmal noch Updates zu checken nach einer gewissen Zeit, damit man auch diese Plattforms dann auf die aktuellen Versionen bekommt. Jetzige Aufgabe, wir wollen ein bestehendes Arduino Projekt in Plattform.io hineinbringen. Und dazu starten wir jetzt wieder Visual Studio Code. Wir gehen auf unser Plattform.io Zeichen und dementsprechend entweder wird es hier links aufgeblendet oder nicht. Wir klicken auf Home, auf New Project und gehen wir mal ein LED Blink. Ich wähle mir hier aus den ESP32 von Seed Studio und zwar können wir hier einfach einmal eingeben Seed Studio bzw. Da sind wir doch schon richtig. Ich gebe direkt Chao ein. Das ist nämlich die Chao-Reihe C3 Framework Arduino und jetzt können wir hier entweder die Default Location oder wir geben uns dann auch einmal selber einen Pfad an, wo wir das hinhaben wollen. Wir klicken auf Finish und somit wird jetzt im Hintergrund ein Ordner angelegt in diesem Projektformat, diesen wir jetzt gleich ansehen werden. Und somit wurde uns jetzt hier ein Plattform.io Projekt erstellt und bevor wir dazu weitermachen, würde ich vorschlagen, wir springen noch schnell unter Manage und hier unter Settings in den allgemeinen Einstellungen und wir werden einmal hier in den Texteditor gehen bzw. wo waren wir da jetzt? Commonly Used, genau. Font Size wähle ich hier mal 20 und ganz wichtig, hier noch unter Telemetrie zu suchen und hier mal auf jeden Fall auf Off gehen, damit hier nicht nach Hause telefoniert wird. Damit hat man da jetzt schon einmal die grundlegenden Einstellungen gemacht, dass hier Plattform.io benutzt werden kann. Und jetzt werfen wir noch einmal einen Blick in die Ordner-Strukturen. Und zwar, die normale Arduino IDE hat hier eine Inno-Datei. Und da gehe ich jetzt mal schnell noch auf View und damit wir hier die File-Extensions uns noch anschauen können, aktivieren wir das. Das ist also eine Datei, die ist die Inno und da ist unser kompletter Quellcode drinnen. In Visual Studio Code schaut das Ganze jetzt so aus. Ich springe da mal hin. Das ist jetzt der Projektordner und wir haben jetzt hier im Wesentlichen mehr Inhalt und Files. Das braucht uns jetzt aber nicht abschrecken, denn im Wesentlichen brauchen wir mal nur den Source-Ordner. Das ist der wichtige und da ist jetzt eine Main-CBB drinnen. Und diese Main-CBB hat jetzt unseren Hauptcode. Können wir auch hier links reinklicken, Main-CBB. Wenn wir da jetzt auch noch zusätzliche Klassen etc. hätten oder Libraries, die werden wir da oder könnten wir dann da auch noch reinladen. Der nächste ganz wichtige Punkt und mit dem starten wir jetzt, springen wir noch mal eins raus, ist die Plattform.io.ini und diese Inni-Datei gibt uns jetzt alle wichtigen Hardware-Konfigurationen an. Und diese Hardware-Konfigurationen finden wir entweder über den Wizard, also über den Dialog von Plattform.io oder eben auch für den späteren Gebrauch direkt auf der Dokumentation von Plattform.io. Und dazu jetzt noch mal ein Beispiel. Wir springen auf Espressif 32 und jetzt suchen wir hier mal den Ciao. Hier gibt es diese 2, C3 und wenn wir da draufklicken, finden wir hier direkt, was wir für die Plattform.io.ini eintragen müssen. Springen wir da noch mal hinüber. Wir sehen jetzt also schon, wir haben hier die Angabe von unserem Development Board, von unserem quasi ESP32, den wir verwenden. Hier noch einmal die Plattform und hier noch einmal Seed Studio. Würden wir jetzt zum Beispiel ein ganz gewöhnliches Devboard auswählen, dann könnten wir hier zum Beispiel den ESP32 verwenden und dann haben wir eben hier diese 3 Einträge. Und was ich jetzt da hier noch ergänze, ist einmal Monitor Speed und auch noch den Upload Board und Monitor Board. Das ist also quasi unsere Bautrate und hier diesen Board brauchen wir dann, damit die Kommunikation auch stattfindet. Wie finde ich das raus? Auch hier wieder zum Beispiel auf Plattform.io gehen. Wir haben hier Devices und hier sehen wir, was jetzt alles angeschlossen ist. Und bei mir wäre das jetzt der COM3, wäre dann quasi die Variante, die wir dann da eintragen, damit wir dann auch den Upload fertigstellen können. Soviel einmal zur Hardware-Konfiguration. Wir springen links rauf auf den Explorer, machen Source-Ordner auf, Main-CBB und können jetzt zum Beispiel auch auf eines dieser Tabs klicken, einen Rechtsklick, Split to Right und haben jetzt beide offen und somit ist da schon einmal hier der komplette Platz auch gut ausgenutzt. In der Main-CBB ist jetzt hier so ein Standard-Code drinnen, den lösche ich jetzt einmal komplett raus. Wir springen in die Arduino IDE und wir wollen jetzt diesen Code eins zu eins da übernehmen und kopiere den einmal rein. Das Erste, was wir jetzt gleich einmal kriegen, ist hier einmal alles Fehler, weil wir ganz zu Beginn ein Include setzen müssen und dieses Include werden wir vielleicht das ein oder andere Mal schon gesehen haben. Da müssen wir jetzt die Arduino H referenzieren, damit eben Plattform.io dann auch weiß, okay, diese eigenen C++-Funktionen, die es jetzt nur unter der Arduino Environment gibt, werden dann damit auch quasi registriert und können dann auch verwendet werden. Ja, und jetzt wollen wir auch wissen, ob dieser Code sich auch kompilieren lässt, so wie in der Arduino IDE. Und dazu haben wir hier unten eine Leiste und da gibt es einen Haken, da steht eben Plattform.io Bild. Da klicken wir mal drauf und lassen wir mal den Compiler mal durchlaufen und schauen, ob es hier grünes Licht gibt. Und wir kriegen kein grünes Licht, weil hier steht eben, erstens, wir haben hier eine schöne Übersicht, gerade für längeren Code hilfreich, damit man da zum Beispiel dann auch hinspringen kann. Und dann sehen wir, okay, hier auf Zeile 19 gibt es ein Problem, weil eben, wenn wir die Mitteilung lesen, Toggle-LED was not declared in the scope. Das heißt, wir rufen hier eine Funktion auf, die es zur Laufzeit noch nicht deklariert worden ist. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir könnten jetzt einfach einen Funktionsprototypen machen. Das heißt, dass diese Funktion hier deklariert wird und dann im späteren Verlauf erst aufgerufen wird. Somit wäre dieser Fehler weg. Oder wir nehmen diese ganze Funktion und geben sie hier auf den oberen Bereich hin, denn dann ist sie quasi deklariert und definiert und kann dann aufgerufen werden. Probieren wir es noch einmal aus und somit läuft das ganze Ding. Das heißt, hier müssen wir also unter Anführungszeichen etwas sauberer programmieren, sehen dann aber auch schon, okay, jetzt haben wir grünes Licht und könnten jetzt unseren Code raufladen. Und das machen wir jetzt auch, indem wir hier diesen Button rechts anklicken, Platform.io Upload. Und dann kann es sein, dass es beim ersten Mal hier noch ein paar Tools herunterladet, wie es ESB-Tool etc. Und dann sehen wir hier schon, dass ein Upload stattfindet und jetzt blinkt die LED, die ich hier angegeben habe, jetzt mit dem Pin Nummer 10. Und that's it. Somit haben wir jetzt unser erstes Projekt von der Arduino IDE in Platform.io umkonvertiert. Jetzt schauen wir uns ein zweites Beispiel an, in dem wir ein Projekt machen, in dem wir auch eine externe Library brauchen, wie zum Beispiel die OLED-Ansteuerung. Dazu kopiere ich mir jetzt einfach mit STRG-C, STRG-V das bestehende Projekt, denn hier haben wir schon alle Einstellungen gemacht. Ich sage LED-Blink und OLED hätte ich gerne. Start wieder mein Visual Studio Code zum Beispiel, denn wir brauchen jetzt den gesamten Ordner, den wir da gerne reinladen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier unter Platform.io zu gehen und Pick a Folder, beziehungsweise können wir hier auch auf Open Project gehen und wir wählen, wie gesagt, jetzt hier immer den gesamten Projektfolder. Es öffnet sich hier noch einmal neu das gesamte Visual Studio und wir sehen hier, jetzt haben wir unsere Inhalte hier drinnen, wieder wie wir sie davor angegeben haben. Damit wir jetzt das OLED ansprechen können, brauchen wir hier eine Library. Die finden wir jetzt wieder unter dem Platform.io Menü. Wir gehen unter Libraries und haben jetzt da die Möglichkeit, danach zu suchen, wie wir das schon gewohnt sind. Und ich gebe einmal hier ein SSD 1306, also das gewöhnliche OLED. Wir haben hier das von Adafruit, was wir ja schon kennen. Und jetzt haben wir hier das Menü Installation und ich kopiere mir das jetzt einfach mit dem LeapTabs einfach raus, mit STRG-C, wechsle in meine Platform.io inni und gebe das da ein. Diesen Teil kann man rauslöschen. Und somit habe ich jetzt die Möglichkeit, hier mehrere Bibliotheken einfach untereinander dann anzugeben. In dem Fall brauche ich jetzt nur diese Variante, das heißt, ab der 2.5.11 beziehungsweise kann ich dann hier alles verwenden. Die ist noch nicht installiert, beziehungsweise wird sie dann jetzt installiert, wenn ich das erste Mal speichere. Und dann wird auch gecheckt, ob diese Datei hier konform ist. Das schaut jetzt alles gut aus, das wird jetzt hier heruntergeladen. Und dazu kann ich jetzt wieder in meine Main-CBB gehen. Diese Datei haben wir wieder auf die rechte Seite rüber und kann jetzt da den Code einfügen. Und der Einfachheit halber habe ich jetzt hier einfach einen Code hereinkopiert, der nichts anderes macht, als einmal das OLED-Display zu initialisieren, ein Hallo-Ciao ausgibt, zwei Sekunden wartet und diese Funktion rufe ich in Init OLED auf. Und in der Loop gibt es ein Show Millis. Das heißt, diese Funktion macht dann nichts anderes, als noch einmal den gesamten Display zu löschen und die Laufzeit auszugeben, das heißt, die Millis in Sekunden. Wir sehen jetzt hier auch schon, es ist einiges rot, weil wir müssen natürlich hier auch noch unsere Verweise angeben, die wir jetzt davor uns rausgesucht haben. Jetzt war ich zu schnell, das müssen wir jetzt noch einmal machen unter Libraries, darin sind wir und unter Example finden wir nachher auch hier ein Beispiel, wie wir das auch unter der Arduino IDE gewohnt sind. Das kopiere ich mir da noch raus und muss hier da die Includes noch setzen und jetzt probieren wir noch einmal, ob wir da grünes Licht bekommen vom Compiler. Und da haben wir grünes Licht und dann laden wir schon rauf, schauen wir es uns mal in groß an, Hello-Ciao und dann haben wir da die Laufzeit jetzt in Sekunden angegeben. Das heißt, auch das Einbinden von externen Libraries ist dann mit Plattformio etwas anders, aber funktioniert dann in ähnlicher Variante, dass wir auch die gewöhnlichen Libraries finden. Ein Punkt ist noch offen und zwar, wie wir den Serial Monitor aufbekommen, damit wir einmal grundlegend starten können mit Plattformio. Dazu machen wir hier in dem Setup ein Serial Beginn, wie wir das kennen, zum Beispiel mit einer Bautrate von 1152.00 und dann würde ich vorschlagen, wir gehen in die Show Millis rein und machen da herunten noch ein Serial Print Line mit den aktuellen Millis zum Beispiel. Laden uns diesen kurz wie gewöhnlich wieder rauf und wenn wir dieses neue Update jetzt raufgespielt haben, gehen wir wieder in die Plattformio-Icons ganz unten und haben jetzt da mehrere Möglichkeiten und wir sehen, dass dieser kleine Stecker hier den Serial Monitor anzeigt. Da klicken wir drauf. Es öffnet sich jetzt hier ein weiteres Fenster und somit sehen wir jetzt hier die Serial Monitor Ausgabe, wie wir das gewohnt sind, auch von der Arduino IDE. Nur eben hier unter dem Terminal und wenn wir da eins hinaufklicken, sehen wir noch einmal das Fenster, das Terminal Fenster vom Upload und wenn wir da runterklicken, jenes von den aktuellen Serial Monitor. Wenn wir das ganz rechte angeben, ist es ein New Terminal, das heißt, wir können hier drinnen jetzt direkt gleich wie in einem Terminal umgehen, zum Beispiel mit der Git-Verwaltung starten oder sonstige Sachen, was man halt gerne auf der Kommandozeile ansonsten auch noch so macht. Und somit sind wir schon am Ende dieses kurzen Einführungsvideos. Nehmt euch da ein paar Minuten Zeit und probiert einmal den Wechsel aus. Es macht wirklich mehr Spaß, hier in dieser IDE zu entwickeln und wenn man es einmal gewohnt ist, möchte man dann gar nicht mehr retour wechseln. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns dann wieder bei einem der nächsten Videos.